Ich weiß nicht, warum nicht mehr Leute über diesen sneaky Running Back Landing Spot mit Monster Opportunity reden. Wir machen es, let's go! Aber bevor wir zu denen kommen, schauen wir sich einmal die ganzen anderen Running Back Landing Spots an, die Opportunity-wise vielversprechend ausschauen. No-Brainer Carolina. CMC letztes Jahr to the 49ers traded mit einer Schittlut an Targets und an Handoffs. Formen, der bis zum Ende dann eigentlich der Leadback war, über 203 Touches, nicht unter Vertrag. Miami, ich glaube das wildeste Beispiel. Gaskin, Ahmed, Wilson, alle nicht unter Vertrag. Chase Edmonds, schon traded unter der Saison. Jo, sie haben Mustard geresigned, aber vor wem haben wir Angst? Vorm Leventon Injury Report? Er macht zwei gute Spiele und dann ist er sechs weg. Da kann es schnell gehen. Wir wollen da irgendein Asset, so klein das auch nur scheint. Lux Lieblings Landing Spot und es ist so, muss ich halt vielleicht ein bisschen was tun. Singletary sollte die Bills verlassen und dann ist das richtig nice. Auch mit Cook, ich habe keine Angst vor Heinz. Cook wird eine Rolle spielen, aber auch das nehmen wir. Hä, den One-Two-Punch in einer Offense von Josh Allen? Every day. Die Eagles haben nachgerüstet mit Rashad Penny, bleiben die Bears. Ja, mit Fields als Running Quarterback, er stiehlt ja viel Rushing-Workload. Goal-Land-Touchdowns, dazu kommt Khalil Herbert. Das Vertrauen in ihn war wahrscheinlich der Grund, warum Montgomery jetzt nicht mehr dort ist. Das heißt, es ist schon mal so ein bisschen eine verzwickte Situation, wo der Sealing sicher ein bisschen gecappt ist. Ja und bevor wir jetzt zum Grande-Finale kommen, ihr wisst das, abonnieren, Glocke, die ganzen guten Sachen. Let's go! Ich habe schon öfter im Podcast gesagt, ich will den Running Back, egal ob Free Agent oder Rookie, wurscht, der in Denver landet. Und das hat nichts zu tun, ob Gervonta Williams jetzt stark verletzt ist, in die Saison rein verletzt ist oder wie Phoenix aus der Asche wieder zurückkommt. Die Workload, die Mike Boone, Latavius, Marlon Mack und Melvin Gordon, der dann eh wieder abgezischt ist, dort liegen lassen, das reicht uns. Ich weiß nicht, ob er die Denver Brokos zurück zum super tollen Triumph führt, ist mir aber eigentlich auch wurscht. Das Einzige, was ich weiß, Fantasy Running Backs von Sean Payton haben immer funktioniert. Let's go! Nummer 5 Nummer 5 Nummer 4 Nummer 5 Untertitelung des ZDF, 2020